Okay, das reicht. Ich muss schlafen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber die Riesen kamen aus dem Nichts und das Eis, es stieg einfach aus der Erde auf. Und die Einwohner, die Riesen haben sie alle zusammengetrieben und, und... Beruhigt euch, Yonen. Wo wurden die Dorfbewohner hingebracht? Sie haben sie in ein Lager gebracht. Sie haben Balken aus den Häusern gerisst und damit eine Umzäunung im Südwesten der Stadt gebangt. Auf der Insel. Ich weiß nicht, ob es ihnen gut geht. Ähm, auf der Insel, okay. Ähm, ich werde sehen, was ich tun kann. Ich glaube, ich muss mich erst mit diesem Turm befassen. Ihr müsst die Einwohner befreien. Everant ist darunter. Er kennt vielleicht einen Weg in den Turm. Ich habe gesehen, wie die Riesen ihn in den Turm geschleppt und ihn dann wieder ins Lager zurückgebracht haben. Ich weiß nicht einmal, ob er noch geatmet hat. Dann gehe ich zu ihm. Ihr solltet euch jetzt in Sicherheit bringen. Hier könnt ihr nichts mehr tun. Es gibt eine Sache, die ich tun kann. Die Klinge, die ihr mir gebracht habt. Vor so langer Zeit. Sie ist geheilt. Ich schlief einfach eines Abends ein, während sie neben mir auf dem Tisch lag. Und im Traum verschmolz sie wieder zu einem Stück. Als ich aufwachte, war sie wiederhergestellt. Ich möchte, dass ihr sie benutzt. Benutzt sie, um Everant aus den Klauen dieser Monster zu befreien. Das werde ich, Yonen. Danke. Bitte seid vorsichtig. Dieser Turm, da ist etwas Böses in seinem Inneren. Ich kann den Hass von hier aus spüren. Er ist wie Wellen, die von dem Turm ausgehen. Ich passe auf mich auf. Leb wohl, Yonen. Die Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen. Ihr habt die wiederhergestellte Klinge Eihonens aus Yonens Hand empfangen. Die Gruppe hat Erfahrung gewonnen. 280.000. Boah. Dankeschön. Aufgestiegen ist leider keiner. Gucken wir es uns mal an. Ist das das Ding? Wiederhergestellte Klinge Eihonens. Diese einst zerschmetterte Klinge steckte in der Brust Ikasarachts. Sie war die letzte Matriarchin der weißen Drachen, die in den Grat der Welt regierten. Die Klinge wurde von Eihonens geführt. Einem entfernten Vorfahren von Yonen, dem Fischer aus Osthafen, das Schwert, lag fast ein Jahrhundert lang auf dem Grund des Sees und wartete darauf, an einen Nachbarnkomm seines früheren Besitzers zurückgebracht zu werden. Wie sie in ihren ursprünglichen Zustand zurückgekehrt ist, ist nicht bekannt. Doch auf jeden Fall sieht die Klinge wie eine mächtige Waffe aus, mit der du dazu beitragen kannst, Osthafen von Bruder Pockelin zu befreien. So, die Klinge scheint ihre Macht direkt aus dem Dinneschersee zu beziehen. Solange ihr Träger sich in Drachenflugweite des Sees befindet, ist sie eine furchteinflößende Waffe. Okay, also dann bin ich ja gerade am richtigen Ort, ne? Plus 5. Achso, 1 bis 8 plus 1 normalerweise und plus 5 in Drachenflugweite des Dinneschersees. Und das gleiche hier mit der Trefferwahrscheinlichkeit, Schadensklinge. Plus 5 maximal Trefferpunkte in Drachen, okay. Widerstandsboni. 25% gegen Kälte, 25% gegen Feuer. Okay, also gegen Kälte- und Feuerresistent und plus 5. Ist eine schöne Klinge. Was sagt die Axt dazu? Ist eine plus 4. Plus 10 Chance, das Ziel zu beträumen. Ich würde mal sagen... So, plus 5 gegen untote Leichen. Plus 2, aber das ist eine Wurfwaffe. Dann werden wir das Ding hier austauschen. Rüstungsklasse. Ah, okay. Wir verlieren eine Rüstungsklasse. Dafür gewinnen wir Kälte- und Feuerresistent. Oh, okay. Sie wird mal das Schwert jetzt führen. Das Schwert der Rache, ne? Wie erst mal. Ja? Ja. Hatte ich nicht irgendwo mal einen Zauberspruch, der mir irgendwie so Essen herstellte? So, ein Tag Essen oder so. Gute Beeren. Erscheint von einer Handvoll magischer Beeren, die der Anwender bei sich tragen kann. Wären diese Beeren gegessen. Verursachen sie 5 Schadenspunkte. Die Beeren werden nach einem Tag pro Stufe. Das ist einfach schlecht. Man sollte sie also nicht zu lange, weiß ich, herumtragen. Okay. Das scheinbar nicht. Okay, vielleicht können wir ja rasten, sobald wir dieses Lager irgendwo gefreit haben. Das müsste ja hier war, so ungefähr die Insel, ne? Also, nicht zu schnell vorlaufen. Ein Schritt nach dem anderen. Tapp, 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 tapp. Hier kann man nirgendwo lenken. Was? Das ist irgendwie, keine Ahnung. Das ist komisch. Das ist ein Eis. Skulpturen. Ja, hier ist irgendwie tatsächlich alles verheißen. Also, man kann nirgendwo rein oder so. Alle Häuser zu. Hier oben war, glaube ich, irgendwo die Taverne. Ich höre ein Rums. Da läuft irgendwo ein Riese rum. Man hört ganz deutlich so ein Rumsen. Na gut, zur Zeit bin ich ja sehr weit nördlich. Die Riesen sollten ja südlich sein. Südwestlich, ne? Aber ich höre sie schon. Taverne. Ach, hier ist die Taverne. Aber die ist... Die Taverne ist... Hä? Versucht ihr das Eichhörnchen... Eichhörnchen zu zertreten? Das wäre ja echt lustig, ne? Ich nicht zerquatsche dich, wenn du nun rauskommst. Wie kann ich helfen? Ich würde mal sagen... In Ordnung. Ich bin bereit. Ein Riese... Promethin. Los geht's. Wer ist schneller? Passport. Leicht vernetzt. So, unsere Palakene ist ein bisschen... breit und willig. Ich verstehe. Schaut mal. Hier ist tatsächlich ne Tür. Ob wir da rein können? Ich hoffe mal, dass wir da rein können. Und ich hoffe mal, dass wir uns dort auch... dass wir dort auch... nun sollst du den Zahn nicht... überlässt es mir. Oder ausruhen können müssen. Aber ich will erst mal die Leute befreien. Also diese Zykloten scheinen momentan für unsere Party kein großes Hindernis darzustellen. Die Frage ist, äh... Also Yonen hat ja von Riesen gesprochen. Ich hoffe, dass hier nichts anderes kommt. Wo ist hier noch irgendwas? Hier ist alles irgendwie kaputt. Du brauchst mich? Bereit. Und auf alles gefasst. Es wäre besser, den Zorn einer Frau zu fürchten. Achten alle! Gebt ihm Saus! Noch einmal! So, vergiss er. Gehe dir zur Seite. Ganz recht. Hier hat, glaube ich, dieser... Trunkenbold gelebt, ne? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Okay, und hier war dann die Brücke zu der Insel. Ah, schon der nächste Stirn. Ja, zeig mir das Ziel. Ja, macht ihn alle, Mädels. Haut rein! Kann sich grad nicht entscheiden. Und weg ist er. Ja, sehr schön. Ich bin hier. Ganz recht. Okay, das sind die Dorfbewohner. Das ist gut. Komm, 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 hier raus. Hier geht ja auch einen Weg lang. Aber irgendwie kommt man hier nicht weiter. Dann werden wir gleich mal mit den Dorfbewohnern reden und gucken, ob wir hier noch einen Weg finden. Werden diese Riesen uns töten? Die hab ich doch alle bereits, äh... Mama, ich hab Angst. Werden die Riesen uns töten? Also im Moment sind die Riesen selber tot. Die haben also eigene Probleme. Können wir hier irgendwie weiterkommen? Ich möchte ehrlich gesagt keine Riesen übrig lassen, die mich dann irgendwann stören. So, hier ist auch nirgendwo irgendetwas. Ich will nochmal auf diese Seite gehen. Naja, eigentlich nicht. Wie kann ich hell in Ordnung? Geh du da mal hin. Kundschaft dir mal aus. Wenn da was ist, hau es platt. So, okay. Zurück zur Truppe. Bereit und willig. So, jetzt gucke ich mir mal die Karte an. Ja, eigentlich haben wir ganz gut, äh... Gut, kann man... Nee, ich glaube, hier kann man nicht weiter, ne? Da war dieses kaputte Haus. Hier kann man nicht weiter. Hier war irgendwo... Da? Oder da war der Tempel? Na gut. Dann wird jetzt mit den Leuten gesprochen und, ähm... Dann müssen wir uns noch dieses Haus angucken. Äh, was machen die Leute denn hier bitte? Die Leute gehen jetzt schon spazieren. Das ist vielleicht nicht so schlau. Wir wissen ja nicht, was passiert. So, wer bist du? Äh, Fischbeinschnitzer. Komm. Mit dir reden wir zuerst. Absel. Den Göttern sei Dank, dass ihr da seid. Ihr solltet besser rüber zu Everant gehen und mit ihm sprechen. Das alte Schlachtross haben sie ganz schön verdroschen. Aber er hat noch genug Kraft, um uns an einen sicheren Ort zu führen. Ich werde sofort mit ihm reden. Blieb wohl. Äh, okay. Äh, Priester des Tempos. Ich glaube, damit ist der gemein. Der Stadtbewohner. Ich will mit ihm als allerletztes reden. So, komm. Stadtbewohner. Bitte, ihr müsst uns von hier fortbringen. Diese Riesen. Sie werden uns alle umbringen, wenn sie uns erwischen. Die Riesen sind doch schon alle tot. Meine Güte. Ihr seid frei. Keine Riesen werden mehr euren Weg versperren. Wie sind sie überhaupt hierher gekommen? Ihr seid jetzt frei. Wenn ihr mich fragt, solltet ihr so weit wie möglich von Osthafen weggehen. Es könnte, es könnte noch sehr viel mehr Gewalt geben, bis wir hier alles unter Kontrolle haben. Äh. Nein, ich will hier nicht so viel Angst machen. Für keine Riesen. Ich kann es nicht genau sagen. Es war ein Tag wie jeder andere. Vielleicht ein wenig bewölkter als sonst. Der Wind war den ganzen Tag über stärker geworden. Und sein Heulen hatte uns schließlich nach drinnen getrieben. Ich trank gerade etwas in der Winterwiege, als ein riesiger Eisstab durch den Boden brach und die Decke durchbohrte. Weiter. Wir flohen aus dem Haus und sahen nur noch mehr Eisspitzen aus dem Boden brechen. Und dann kamen die Riesen. Wie riesige Schatten kamen sie aus dem Schnee. Sie töteten alle, die Widerstand leisteten. Und uns übrige nahmen sie gefangen und steckten uns in dieses Lager. Konnte irgendjemand fliehen? Ein paar, glaube ich. Everant ist hier bei uns. Und trotz der Folter war er uns eine große Hilfe mit den Verwundeten. Ionen habe ich nicht gesehen. Den alten Jett auch nicht. Und Pomap ist nirgends zu finden. Vielleicht konnten sie sich in Sicherheit bringen. Ich kann nur darum beten. Everant wurde gefeuert. Warum? Ich weiß es nicht. Sie haben ihn in diesen großen Turm aus Eis gebracht. Fast einen halben Tag lang war er dort, bevor sie ihn schwer verwundet zurückbrachten. Vielleicht war etwas im Tempel des Tempos, das sie wollten. Hm. Vielleicht rede ich mal mit Everant. Jedenfalls seid ihr jetzt frei. Wenn ihr mich fragt, sollt ihr so weit wie möglich von Osthafen weggehen. Es könnte noch sehr viel mehr Gewalt geben. Und so weiter und so fort. So. Mögen die Götter eure Waffen segnen, meine Freunde. Und möge es ihnen gefallen, jene zu bestrafen, die unsere Stadt überfallen haben. So. Danke für den Segen. Ich kann wirklich jede Hilfe gebrauchen. Huch. Die Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen. Gegenstand gewonnen. Inventar voll. Gegenstand gewonnen. Fallen gelassen. Wartet. Es gibt noch etwas, was wir für euch tun können. Wir haben nur noch wenige Vorräte. Doch wir konnten einige Heiltränke verstecken, bevor uns die Riesen gefangen nahmen. Okay. Danke. So. Was ist das hier? Regenerationstrank. Trank der Sturmriesenstärke. Heilungselixier. Heilungselixiere habe ich hier bereits ein paar. Wer hat Platz für Heilungselixiere? Ich will das mal versuchen, es noch ein bisschen zu verteilen. Voll, voll. Was ist das hier? Axt der gefangenen Seele. Axt der gefangenen Seele. Ach so, okay. Die habe ich ja vorhin da rausgenommen. Okay. Alles klar. Alles gut. Alles gut. So. Du. Nimmst mal die Elixiere. Wer hat normale Heiltränke? Du. 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 Mach doch mal folgendes. Äh. Mach mal folgendes. Du. Nimmst die. Du packst die da rein. Und du nimmst die. Und du nimmst die. Und tust sie da hin. Und die tust du ihm. Dann tust du sie halt ihm. Und er ist schon voll. Und er macht das so. Und er macht das so. Und hier Heiltränke. Und er wird gesperrt zurück. So. Besser kriege ich das glaube ich gerade nicht. So. Okay. Äh. Next bitte. Nein. Äh. Nicht next bitte. Jetzt machen wir eine Pause. Und. Ja. Dann würde ich sagen. In der nächsten Folge. Sprechen wir mal hier mit dem Priester. Und dann gucken wir mal. Ob wir einen Weg hinein finden. In diesen. Komischen Eispalast. Ne. Beziehungsweise in den Tempel. Ja. Bis dahin. Ich danke mich fürs Zuschauen. Und sage. Bis gleich. Bis gleich.